hey hey und hallo einen wunderschönen tag abend nach nachmittag vormittag wann immer ihr einschaltet schön dass ihr einschaltet wenn es mal wieder heißt eine kleine prototyp in vorschau brett im check heute haben wir das gute tiefdom dabei das ist von kammer games die kennt man unter anderem ja kann man schon das populärste spiel clients of caledonia dazu kommt ja auch dieses jahr auch noch eine expansion da werdet ihr definitiv auch noch was bei mir sehen ihr seht unschwer die grafik wird euch bekannt kommen und da wird jetzt der oder die ein oder andere von euch sagen moment mal das kennen wir doch genau es ist das artwork von dem micro auch der allseits bekannt aus diversen spielen vor allen dingen bekannt räuber der nordseesara architekten und das ganze westfrankenreich land verwechselt immer wieder ich weiß ob das die da hinten stehen des frankenreichs so da war es und ja ich mag die art von dem micro sehr gerne hat ja auch das diesjährige logo der berlin können die sein was mich sehr sehr gefreut hat und hier haben wir jetzt wie gesagt einen neuen titel aus dem haus kammer games der kickstarter geht in diesen monat auch online ich verlinke das hier unten mal in der beschreibung auch und worum geht es bei sie vorn bei sie vorn geht es darum dass wir hier in einer wunderbaren art mittelalterlichen stadt sind und ja die diebesgilde sucht einen neuen anführer wie soll es auch anders sein und ja wir sind verschiedene gruppierungen an dieben die natürlich das interesse haben der neue anführer der diebesgilde zu sein und da wird ein contest ausgerufen der dazu aufrufen klaut was das zeug hält hört hört oder so ich nicht naja ihr wisst schon wir müssen glauben klauen plündern zum glücklich brand schatze der nette diebe nette liebe und ich springe mal mit euch gleich aufs brett es ist jetzt keine vollständige regelerklärung das spiel ist an sich nicht kompliziert es ist am anfang relativ kleinteilig es sind viele symbole da hat man hier den vorteil gibt es sehr schön über sich der verschiedenen symbole aber ihr seht das ist erst mal nicht wenig es gibt hier auch noch eine schöne übersicht der verschiedenen orte hier aufbauhilfe und alles aber am anfang erschlägt ein das ganze schon ein bisschen nach der ersten partie fühlt sich das auf jeden fall deutlich ja dass man mehr im flow man kriegt es einfach mehr mit aber wie gesagt die erstpartie ist schon ein bisschen kleinteilig positiv ist aber auch daher vorzunehmen und das ist ein sehr sehr cooles tutorial szenario gibt das spiel ist so 1 bis 4 spieler hat und solo modus den habe ich jetzt nicht gespielt und das schöne ist aber eben für jede spiel anzeige gibt es ein tutorial modus der euch so ein bisschen durch eine art gescriptete erste runde bringt wo er auch ein gefühl dafür bekommt wie das ganze klappt das finde ich sehr sehr angenehm erleuchtet ich habe soll erleichtert einsteigern da definitiv den einstieg ins spiel mensch so ich zeige euch aber jetzt gleich einfach mal bevor ich sage für das ganze bei uns ankam zeige ich euch ganze rudimentär wie das ganze aussieht was man machen kann wie gesagt es keine vollständige regelerklärung dafür ist es dann auch ein bisschen viel gebe euch aber zumindest mal ein kleines gefühl worum geht es was kann man tun wie funktionieren die groben mechanismen und dann könnt ihr selber sehen ist es was für euch reizt euch das und ja danach komme ich zu meinem kleinen fazit was so mein eindruck nach den ersten partien ist so wir schalten erst mal um so wenn ich das jetzt gerade hinkriege so schalten wir um da gucke mal schau hier seht ihr das spielbrett das wird immer modular zusammengestellt bis auf die rechte seite hier das sieht man an den flüssen die hier sind ich habe es jetzt auch nur für zwei spieler zusammengebaut weil ihr seht schon es bedarf eine menge platz an den äußeren rändern je nachdem wie die teile verteilt sind werden dann auch katakomben ausgelegt die sehen so aus die sind ganz praktisch um schneller durch die stadt zu kommen und es gibt auch noch die willen da kann man im wahrsten sinne des wortes besondere fette beute machen entweder kann man gemälde klauen das ist dann ganz cool hier auf der rückseite sieht man was man bekommt oder man kann seine tasche und komplett mit edelsteine voll machen was auch ganz cooles passt thematisch auch sehr schön bei jeder will das ist verschieden sind hier so kleine schlösser zu sehen und das sagt aus dass was man einfach klauen kann hier kommt man einfach ans gemälde dran die edelsteine nicht dafür brauche ich dann in dietrich bei der ausrüstung ist ja verrückt seite auch so die werden auch hier oben angelegt dann seht ihr verschiedenste gebäude die orangenen gebäude das sind gebäude wo ihr quasi aktive aktion machen könnt da könnte dinge umtauschen da gibt es den die da da gibt es die taverne es gibt noch diese grauen gebäude da können wir uns zum einen verstecken dann können wir unsere halt aus die sehen dann so aus dass es quasi unsere liebe starten die werden am anfang rein platziert und ihr seht es gibt verschiedene mipel die hier schon unterwegs sind das hier sind die noble die hier quer durch die stadt laufen also reiche bürer adelige die wir ausrauben wollen es gibt wache jetzt im spiel zu zweit sind es nur drei im spiel zu drei zu dritt oder zu viert sind es dann auch schon mal vier also nicht nur schon mal sondern immer ganz cool ist ihr seht bei den wachen abc ist hat auch gründe und die haben augen denn es gibt ein sichtfeld wie die sich immer bewegen und je nachdem wo die augen hin zeigen so jetzt zum beispiel ich habe es jetzt gar das sieht man natürlich aus der sicht schwer aber hier seht ihr die augen richtig so aufstellen dann haben wir hier ein sichtfeld wo die hingucken ist relevante wo wir mit unseren dieben durch rennen was ihr jetzt nicht sieht wir haben hier unser bord noch mal zur betonung es ist alles prototypen material deshalb nicht wundern das wird nachher auch noch ein bisschen auch mit dickerer pappe sein wir haben drei diebe jeder dieb hat drei aktionen die er während seines zuges machen kann das kann bewegen sein das kann klauen sein das kann aktionen triggern es gibt verschiedene ressourcen wir haben einmal hier den wein wir haben hier den liqueur dann haben wir das gold und wir haben natürlich noch die wunderbaren juwelen edelsteine die auch eine menge wert sind dazu seht ihr auch noch auf unseren boards nehmen wir die mal kurz runter auf unseren boards hier ist platz für gold hier ist platz für allen anderen loot den wir bekommen und wir haben noch unser hideout wo wir auch sachen zwischen lagern können auch zwischen unsere dieben wechseln können denn das ganze ist gar nicht so einfach im grunde genommen ist es eigentlich ein pick up and deliver spiel wir wollen beute sammeln wir wollen die beute gewinnbring verkaufen das ganze machen wir über sechs runden quasi dadurch trägern wir auch neue sachen es gibt hier noch ein board was auch eine große rolle spielt denn letztendlich wollen wir aus rauben und wir können die noble aus raum wir haben hier beziehungsweise habe auch noch die kutsche da können wir noch wein drauf klauen der bringt auch eine menge die ist auch sehr sehr cool und das finde ich auch sehr witzigen mechanismus ihr seht hier das ist den wachen deshalb auch das abc und hier auch abc zugeordnet wir es ist jetzt das spiel für ein oder zwei spieler gibt dann auch noch boards eben wenn man mit mehr spielt und wenn in einer nacht einer jemand den a noble aus raubt dann gibt es entweder zwei gold oder ein gem so und dann ist der erst mal weg und es wird dann erst mal wieder in einer anderen nacht nachgefüllt so lange sind erst mal ja wenn ich sagen pleite aber vielleicht vorsichtig oder haben sich festgekettet mit ihren sachen whatever genauso ist es mit den wachen auch für die ganz mutigen unter uns die können die wachen aus rauben um zu zeigen so warum ist das die gefahr das erkläre ich euch gleich und die werden dann erst in der nächsten nacht oder darauf folgenden nacht werden die erst wieder aufgefüllt also da kann es auch manchmal schon sehr wichtig sein first camp first so und und das ganze hat ein ganz interessantes system denn wir sechs mal hierhin wir haben hier verschiedene token oder von eins bis vier haben wir diese zahlen und die legen wir am anfang einer runde alle spieler gleichzeitig verdeckt um zu zeigen hier sieht man auch noch mal drei aktionen um festzulegen wann sich welcher die von uns bewegt so zum beispiel war machen wir so bla 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 zang so dann haben wir halt erste runde zweite runde so jetzt werdet ihr euch natürlich zurecht fragen hell drei diebe und drei tokens ist das zum bluffen oder so das ist nämlich auch ein sehr zentraler mechanismus des spiels wir haben ja noch in diese boards also die werden wahrscheinlich auch in der finalen version werden die dicker sein das ist hier für den solo modus wollte ich euch zumindest auch mal kurz zeigen so und diese boards die definieren wie sich die neutralen einheiten bewegen so und das ist auch wir haben ja verschiedene drin abhängig von der spieleranzahl so ich nehme jetzt mal eins zum beispiel was für zwei spieler ist sieht man hier oben so und auch hier kann ich das dann verdeckt drauflegen wann das triggert so und wenn das getriggert wird dann bewege ich in der reihenfolge die neutralen einheiten so hier sehen wir erst nobel a nobel b nobel a nobel b so der clou ist damit nicht irgendwie einer immer das stärkste hat nach einer nacht wenn die vorbei ist also eine runde dann wandern die immer zu den anderen spielern so und das ist natürlich im spiel zu zweit hast du natürlich mal nur die beiden die wandern aber gerade mit mehreren spielern da tut sich schon eine menge und das ist auch ganz wichtig letztendlich wollen wir mit unseren dieben durch die stadt laufen wollen dinge klauen so aber in der oder in dem moment wo halt eben auch die nobel oder die wachen getriggert werden wir zeit spannend weil dann kann ich als gegenspieler bewusst sagen okay die bewegen sich immer von laternen zu laternen und haben verschiedene regeln zum beispiel die kutsche die bewegt sich immer zunächst gelegenen laterne allerdings zwei laternen weit so die nobel die bewegen sich einfach nur zu einer der nächsten laternen kann aber auch ganz praktisch sein um andere wegzulaufen so spannend wird es vor allem bei den wachen bei den wachen ist es so dass die sich zwar auch nur bewegen an zur nächsten laterne aber hier haben wir noch viel mehr freiheiten wie die sich wo die abzweigen können so und hier ist die blickrichtung ganz ganz spannend denn die wachen wenn die einen anderen schurken einen anderen dieb auch meinen eigenen natürlich kreuzen und darüber laufen also angenommen ich hätte ihn jetzt hier stehen warum auch immer aber so er läuft guckt und dann kann man sich wieder in dem fall ist es einfach da geht es in eine richtung dann läuft der aha er läuft über mich drüber hat mich gecash ich komme in den dungeon der ist hier unten ich muss alle meine beute wie ich bei dem entsprechenden dieb hier drauf habe ich hätte jetzt hier wein oder sowas muss ich in den dungeon fallen lassen und danach habe ich zwar wieder ab bin in meinem hideout aber meine beute ist erstmal weg und das ist nicht schön bei den beiden wenn die mich passieren ist das erst einmal egal aber wenn ich die kutsche ausraube da gibt es ordentlich wein zu klauen dann bekomme ich nämlich so ein wanted schild so und dann passiert es dass durchaus auch die kutsche und die nobles mich auch fassen können auch unangenehm so und um so ein ding loszuwehren das packe ich dann auch damit das gezeigt ist ordne ich das dem zu im endeffekt und zu sagen okay hier der wird jetzt gesucht so und da muss ich dann entweder halt in meinem hideout gehen um das loszuwehren oder wenn ich halt ganz ganz mutig bin dann gehe ich hier unten in den dungeon und wenn ich das im dungeon loswerden zeigt dass ich ein tollkühner dieb bin der sogar obwohl er gesucht ist noch in so gefährlichsten ort geht dann kriege ich so noch drei siegpunkte so also schon mal ganz gut dadurch entsteht aber so ein katz und maus spiel auf dem auf dem spiel brett in jede runde ist jeder spieler oder spielerin eben dran auch über diese neutralen oder diese karten die man hatte die neutral einheiten zu bewegen wie gesagt das ist ein zwei spieler spiel ist das ein bisschen besser planbar weil man da genau sieht dass man rankommt gut ich habe jetzt nur ein gegenspieler das geht schon gerade im spiel zu dritt vor allen dingen zu viert wird es natürlich noch mal deutlich chaotischer weil man da gar nicht weiß wer wie wo was macht und das kann schon ja sehr sehr gemein sein und das auch natürlich auch ein ordentlicher chaos faktor dafür dass es halt mehr abgeht jetzt muss man sagen im spiel zu viert ist die stadt auch noch größer dafür ist noch eine wache mehr auf dem feld das sind schon so kleinigkeiten die wirklich gemein sind ein weiterer zentraler teil des spiels ist dass all unsere diebe jeder für sich zwei ausrüstungsgegenstände tragen können wir haben am anfang des spiels schon die möglichkeit welche zu treffen und uns zu kaufen hier seht ihr die kosten und die machen verschiedenste dinge und das ist auch ein ganz ganz wichtiges element von dem spiel dass wir die ausrüstung clever werden ganz ganz wichtig hier jeder dieb seht ihr hier unten auch dran kann bis zu zwei ausrüstung tragen die kann ich aber im ganzen spiel nicht mehr tauschen habe ich einmal zwei ausrüstung zuordnen muss ich mit denen weitermachen aber das ist sehr lustig das können einfach hier neue schuhe sein die uns einfach einen schritt mehr laufen lassen das ist halt die bisher oder climbing tools climbing tools sind auch sehr sehr cool denn da können wir hier über mauern laufen es gibt cross bows damit können wir halt wachen ablenken bzw verschieben tauben es gibt diese genau das ist auch sehr geil die grappling hooks damit kann man von gebäude zu gebäude springen wenn die angrenzen sind ganz wichtig auch die lockpicks wenn wir also in die villen rein wollen und dinge sind abgeschlossen also diverses der möglichkeiten ich finde thematisch auch sehr sehr cool rübergebracht auch das hier ein sack dadurch können wir noch mal mehr beute sammeln denn auch das ist uns ausgefallen man möchte gern viel aber dieses beute bord ist relativ schnell voll vor allen dingen wenn ich halt mir so ein gemälde hole die schon sehr sehr stark sind wenn ich die bei dem dealer abgebe auch das ein wichtiger punkt oder ein wichtiger effekt hier ich muss also genau gucken wo ist was hier mit den situationen hier sehen wir hier ist der dealer zum beispiel hier unten sieht man auch gemälde abgeben dafür muss ich mit dem gemälde erst mal hier wenn ich vorher von der wache gecash dann geht das natürlich auch hier rein und ja dann schade marmelade und die nehmen aber auch eine menge platz auf dem bord ein ja so ihr seht schon mal hier brauche ich schon mal vier felder platz schränkt mich dann auch schon extrem ein ist aber ganz cool neben den gegenständen haben wir auch und die kriegen wir in der taverne in der taverne können uns freunde machen wir können auch eine kleine schlägerei anfangen wobei wir da festgestellt haben das macht wenig sinn so und zumindest so wie wir es bisher gespielt haben die freunde auch wieder wirklich tolle grafiken von dem micro also wer seinen stil mag der kommt hier voll auf seine kosten larissa engineer sehr cool und diese freunde die findet man fürs leben und auch das ist ein ganz ganz zentraler punkt von dem spiel denn jeder die bei mir kann einen freund haben das seht ihr hier oben die wenn hier oben angelegt und auch die habe ich fürs leben die werde ich nie wieder los ob ich möchte oder nicht aber die geben ja auch diverseste effekte und das sind wirklich sehr sehr gute effekte das kann sein dass ich an gewissen orten wie zum beispiel hier haben wir die wilmer winemaker dass ich an gewissen orten und hier kommen diese grauen orte dann auch ins spiel dass ich da in der nacht dinge besser für siegpunkte tauschen kann so oder dass ich mich teleportieren kann also das gibt es auch so wo haben wir es so hier können wir sowas hier können wir equipment günstiger kaufen hier haben wir die da haben wir das symbol mit der schmiede da können wir uns immer von schmiede zu schmiede teleportieren also das was die katakomben beispielsweise machen so also gibt aber auch welche die machen aktion das sieht man hier an wenn man hier so ein sternchen symbol hat die machen aktionen die wir machen machen die stärker dann bekomme ich mehr für diverseste aktion gibt auch wachen die ich als freund bestechen kann die dafür sorgen dass ich nicht so einfach eingeknackt werde oder besser rauskommen und solche geschichte also wirklich verschiedenste dinge an finde ich auch sehr coolen der tunnel worker das auch cool dass ich dann durch die katakomben besser durch und schneller durchkommen die an der wache wo ich mich von diesen türen teleportieren kann also die wachen die machen wirklich in sehr sehr wichtigen und zentralen teil des spiels aus aber hier ist es auch sehr relevant dass ich mir genau übernehmen überlegen welche hole ich mir in der taverne denn wie gesagt habe ich einmal eine bei einem dieb dann bleibt die da ich kann also maximal drei machen im ganzen spiel haben und da sollte ich schon gucken das haben wir auch festgestellt keine holen die sich zu ähnlich sind wobei wir auch ein mitspieler hat in der sehr ähnliche gut hat und dadurch eine aktion sehr sehr stark gemacht hat weil seine beiden liebe das ein bisschen die synergien genutzt hat also auch solche sachen sind möglich ich mag wie gesagt das artwork von dem micro das ist wirklich fantastisch das sieht ganz 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 toll aus so und ich muss wirklich sagen was ganz spannend ist was auch noch ein sehr wichtiger punkt ist das ist jetzt denkt euch naja gut wenn machen hier rumstehen dann nach bis die mich kriegen so was allerdings noch eine wichtige regelung ist ist dass ich ja diese nsc nicht spieler figuren immer von laternen zu laternen bewegen der clou ist es kann nie auf einer laterne mehr als eine sein das heißt die springen auch gerne mal fröhlich und dann kann es durchaus passieren so angenommen es wäre jetzt so wobei mal gucken der guckt hier hin das wäre jetzt doof aber angenommen ich stehe jetzt hier unten oder wenn wir denken ach ich bin mir doch eigentlich bin ich mir total sicher so mein gegenspieler spielt die wache ab dann bewegt die sich er darf sich sehr frei bewegen in welche richtung die geht so angenommen er hätte jetzt schon hier hingeguckt und da ist voll ich drehe mich hierhin zang drehe mich hier als voll und gehe ich hierhin zack 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 aha und dann drehe ich mich hierhin und klar das darf man dann aussuchen wie sie ihr movement beendet so und bin ich in der sichtweite und zack bin erledigt er hat mich gefunden und schade mamelade blöd aber genau das kann da passieren und dadurch darf man sich nicht zu sicher sein es ist manchmal wirklich verrückt je nachdem wie figuren hier stehen was für eine bewegungsreichweite die tatsächlich haben so ich kann auch schon bewusst versuchen figuren so zu platzieren hier in dem fall wenn ich sage aha ich bewege erst den nobel c der hier angenommen der würde jetzt weiß ich nicht wäre jetzt hier gewesen und ich sage aha erst nobel c dann wache c so angenommen die würde hier stehen so dann kann ich bewusst schon sagen wie mache ich das ach weiß was den bewege ich doch so aha dann ist der hier und in dem moment wo sich wache c bewegt baue ich und puzzle mir das so ein bisschen so zusammen dass der andere mitspieler cash und ihr seht die wache ist hier oben angefangen bewegt sich plötzlich bis nach hier unten das kann schon tricky sein kann aber auch ganz schön brady sein sich zu überlegen wie bewege ich das jetzt wie aha ich habe c und c oder ich habe d b d wenn ich den dahin bewege und d wie schaffe ich das höchstmögliche chaos zu generiert um meine mitspieler in die bredouille zu bringen dass die wachen sie packen das ist gar nicht so einfach es gibt als notaktion noch haben wir so ein kleines herz das hat jeder spieler damit kann man einmal im zug einen die aber auch nur einem dieb seiner wahl eine aktion mehr geben also statt 34 aktion kann auch durchaus lebensrettend sein ja und das machen wir im endeffekt über die sechs runden und am ende haben wir hier auch eine schöne scoring tabelle was alles punkte macht das seht ihr dann hier tatsächlich also für edelsteiner für gold wir haben natürlich auch schon punkte im laufe des spiels gesammelt in denen wir uns zum beispiel schmuggelware holen und weg bringen auch das geht hier viele möglichkeiten der orte viel natürlich durch diesen pick up and deliver effekt rohstoffe sammeln rohstoffe versuchen an den ort zu bringen um sie gewinnbringend für siegpunkte zu verkaufen aber wie gesagt wir erinnern uns wenn der wache mich casht ja dann landet alles im dungeon und was ganz witziges im dungeon liegt die beute dann und wer mutig genug ist der kann auch in da einbrechen und kann beute die jemand anderem geklaut worden ist weil er gecached wurde kann diese dann klauen auch ganz witzig andere die wir können einander zum beispiel auch passieren da muss man aber ein siegpunkt bezahlen weil man quasi andere die trifft und ihm so ein bisschen eher erbietung entgegenbringt wir gehen ja alle respektvoll miteinander um ja und das machen wir dann letztendlich die sechs runden und wie hat uns das gefallen ich mag wie gesagt das artwork von dem mikro schon mal das kommt hier sehr sehr gut rüber ich mag aber auch pick up and deliver als als genre ich finde so was einfach lustig sammeln gucken wie ich das ideal zusammenpassen aber zusammen packen und das dann so gewinn bringen alles auf einmal weg bringen ohne zu viele leere züge zu haben wo ich jetzt nur eine sache tauschen aber auch besser laufen können hier allerdings in der kombination damit aufzupassen wie meine mitspieler wieder die gemeinheiten planen dass die wachen irgendwie mich cashen und dann all das was ich mir teuer erkauft stohlen liehen habe das ist dann plötzlich weg ist das sorgt schon für den ein oder anderen fluch abspielte schlusser zu werden sagt auch gott nicht ernsthaft weil ich irgendwo nicht gesehen habe dass auf irgendeiner laterne dann doch noch ein nobleman steht der übersprungen werden kann und zack die wache mich erwischt ja schade zu zweit ist es halt was ich sagte deutlich planbarer es ist kleiner was auch gut so ist dadurch habe ich aber möglichkeiten da ein bisschen flexibler mit umzugehen auf der anderen seite sind gewisse sachen taffer denn hier für das zwei spieler bord die wachen und die noblemänner haben weniger dinge dabei beziehungsweise es gibt hat einfach weniger noblemen also auch das muss ich dann mal ein bisschen mir überlegen wie ich wo wen als erstes halt abziehe dafür ist zu dritt oder zu viert dann einfach noch mal viel chaotischer weil ich jetzt nicht weiß gerade zu viert was machen meine beiden mitspieler nach mir beziehungsweise meine drei mitspieler nach mir also zu zweit ist es nur der eine aber wenn ich jetzt zu zu viel spiel kommen noch mal drei und das ist dann trotz größerer stadt schon deutlich gefährlicher es entsteht dadurch aber eine coole atmosphäre und man muss sagen das spiel ist einfache durch dieses durch diese stadt durch die verschiedenen orte super thematisch ich finde das thema kommt hier richtig richtig gut durch das ist nicht irgendwie aufgesetzt das spiel würde mit dem thema du könntest es vielleicht kleinen moderne setting bringen irgendwie mafia setting oder weiß ich nicht space diebe firefly style immer super trotzdem es geht natürlich um das klauen um das gewinnbringend umsetzen oder quasi verkaufen und das ist natürlich schon ein ganz ganz starker starkes kernelement das mit dem mechanismus hier sehr sehr stark verbunden ist aber das funktioniert und das ist witzig und es kommt gut rüber und hat man erst mal das spiel verstanden und wie gesagt die vier symbole die hier drin sind so ein bisschen intus das ist an sich ist es wirklich auch sehr klar also die ikonografie ist wirklich gut gewählt gibt ein zwei dinge die hätte vielleicht ein bisschen anders gemacht muss ich sagen mit der bonus action mit den stern das aber es ist jetzt auch noch ein prototyp die werden da auch noch ein bisschen was dran machen da wird sich auch noch ein bisschen was tun das werde ich dir doch noch als feedback geben aber ansonsten ist es wirklich ein witziges pick up in deliver spiel was wie gesagt auch nicht kompliziert ist was in coolen grad an interaktion hat eben einfach durch dieses ich gucke jetzt wo schaffe ich es durch die bewegung der der wachen und der noblemen so ein chaos zu generieren um vielleicht auch mal diese runde mir zwei gegnerische diebe zu schnappen die ich in den in den kerker bringen beziehungsweise wo sie ihre sachen abwerfen und vielleicht habe ich auch ein dieb der dann ganz in der nähe des dungeon steht und dann entsprechend reinzuschlüpfen und sich die schöne beute zu holen weil wir erinnern uns ja ich habe ja die möglichkeit eben über diese aktion tokens festzulegen wann was getriggert wird so und wenn ich jetzt bewusst sagen ach komm weiß was ich träger jetzt vielleicht dieses neutrale einheiten bewegen als erstes schaffe ist damit den anderen dieb mehr zu schnappen und habe im nächsten zug vielleicht die möglichkeit mit meinem zweier dieb da in den dann schon rein zu marschieren wenn kein anderer nähe ist wo mir dann die beute zu holen die zufällig vorher verloren gegangen ist da kann das taktisch schon relativ klug sein und es kann auch wirklich funktionieren und sorgt dann für lange nasen am spieltisch ich mag es ich finde es lustig es macht spaß ich bin ein bisschen traurig dass ihr den prototyp jetzt weiter schicken muss ich würde es gerne noch zwei dreimal in anderen runden und konstellation spielen weil es wie gesagt durchaus gewisse ärgerelemente hat ohne dass es jetzt aber irgendwie anbelangst wird ich finde das merkt man im spiel an ich finde die balance ist hier schon sehr gut gelungen obwohl zum proto ist der proto ist auch schon in der top qualität aber wie gesagt auch das noch mal klar ist das käme es ist halt erstmal nur ein proto hat spaß gemacht ich muss sagen gerne wieder macht bock schönes spielen mit coolen thema und kleinen gemeinheiten wie ich sie mag das ist tiefdom wenn ihr noch fragen zum spiel habt haut gerne die kommentare rein ich verlinke auch mal die vorschau seite von dem kickstarter und wird ansonsten sagen bleibt gesund passt auf euch auf wir sehen hören riechen uns macht's gut bis bald danke und tschüss